Kündigung vor der Kündigung. Wer darf zuerst? Das Arbeitsgericht Siegen hatte einen wunderbaren Fall zu entscheiden. Und zwar ging es da um die Kündigung eines Teamleiters. Der hatte sich Anfang Januar des Jahres 2019 überlegt, er möchte gerne kündigen, hatte das bei seinem Arbeitgeber auch schon angekündigt und eine Kündigung abgegeben, die dann zum 15.04.2019 wirksam werden sollte. Also er wollte zum 15.04.2019 kündigen. Der Arbeitgeber hat sich überlegt, okay, wenn wir jetzt schon wissen, dass der Arbeitnehmer bei uns nicht mehr arbeiten möchte, kündigen wir dem doch einfach früher. Wir kommen dem sozusagen zuvor mit seiner eigenen Kündigung und sprach eine Kündigung aus zum 28.02.2019. Das Arbeitsgericht Siegen hatte jetzt zu entscheiden, ist so eine Kündigung vor der Kündigung denn überhaupt wirksam? Und wie vielleicht für Sie nicht überraschend, war diese Kündigung natürlich unwirksam, denn es lag, wie Sie vielleicht auch wissen, kein Kündigungsgrund vor, zumindest kein wirksamer Kündigungsgrund. Sie kennen das Kündigungsschutzgesetz, das klar sagt, für eine ordentliche Kündigung muss ein Kündigungsgrund vorliegen und das Arbeitsgericht Siegen hat hier nochmal betont, also nur, weil der Arbeitnehmer nicht mehr im Betrieb arbeiten möchte, ist das natürlich noch kein wirksamer Kündigungsgrund. Die Kündigung des Arbeitgebers war hier zum 28.02. natürlich unwirksam. Die Arbeitnehmerkündigung war natürlich wirksam. Arbeitnehmer haben grundsätzlich eine Kündigungsfrist von vier Wochen. Die kann aber natürlich auch vom Arbeitnehmer selbst sozusagen verlängert werden. Ich kann natürlich auch als Arbeitnehmer schon die Kündigung früher aussprechen, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt dann wirksam wird. Wenn Sie Lust haben, zu diesem Thema mehr zu erfahren, dann schauen Sie gern bei uns vorbei. Wir haben hier gerade für Betriebsräte und natürlich auch für die Beteiligungsrechte der Betriebsräte bei Kündigung ein wunderbares Seminar, Arbeitsrecht Teil 3 bietet sich da an. Ansonsten abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Hat es dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.